Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über das Samsung GQ50 QN90 CATX-ZG Fernseher sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit loszulegen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 50 Zoll, Bildschirmauflösung 3840 x 2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10-Bit und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernseher beträgt 120 Hz. Quantum-Matrix-Technologie Dank der Quantum-Matrix-Technologie eröffnen sich die faszinierenden Bildwelten voller Kontraste und Details. Weiterhin werden besonders tiefe Schwarz- und reine Weißtöne erzeugt, indem die leistungsstarke Beleuchtungssteuerung die einzelnen Quantum-Mini-LEDs mit großmöglicher Genauigkeit ansteuert. Neural Quantum Processor 4K Mit dem Neural Quantum Processor 4K kommst du in den Genuss unseres besten 4K-Bilderlebnisses. Die leistungsstarke 4K-AI-Upscaling-Technologie, unterstützt von 20 neuronalen Netzen, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 4K-Power spüren. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jegliche Sehbedingungen anpassen, um auf diese Weise deinen Lieblingsinhalt zu optimieren. Minimierte Reflexionen Die Anti-Reflex-Beschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen Einfluss auf die Bildqualität nehmen. Das führt auch dazu, dass du von nahezu jeder Sitzposition aus in deine Lieblingsfilme oder Serien eintauchen kannst und in den Genuss eines ungestörten Seherlebnisses kommst. Die Farbe des Fernsehers ist Carbon-Silber. Er wiegt 17,6 kg und hat die folgenden Abmessungen. 111,36 cm in der Breite, 64,41 cm in der Höhe und 2,69 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x200 Weserhalterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von F. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 90 kWh pro Jahr. Neo Slim Design Erlebe ein ultraschlankes, minimalistisches Design, dessen Schönheit sich wie die eines Kunstwerks aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse. 2x USB 2.0 1x Ethernet RJ45 4x HDMI 2.1 1x Satellite-In 1x Satellite-In 1x Optical Audio Out 1x Antenna AF Female 1x CL Plus 1.4 Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards. LAN Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.2 Wireless Dex Wireless TV On Wired TV On Der Fernseher verfügt über vier Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 40 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über eArc an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Atmos Die neuen Samsung Top-Channel Lautsprecher bringen das Dolby Atmos Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen Dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Tizen 7.0 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Smart Hub Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit Du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen Deiner Lieblingsfilme, Spiele und Serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien Medien, Spiele und Hintergründe wird Dein Fernseherlebnis optimiert, je nachdem wie Du Deinen Fernseher nutzt. Ich habe die Kundenrezessionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Das Passwort jedes Mal einzugeben ist umständlich. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Elegant und superdünnes Design. Scharfes Bild und Ton. Einfache Installation. Viele Apps. Der Test für das Samsung GQ50 QN90 CAT XZG Fernseher ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder. Und da. Einfaches Video. Einfaches Video. Bis zum nächsten Mal.